herzlich willkommen zu rtl aktuell und wenn sie jetzt denken irgendwas hier ist anders dann stimmt das denn zukünftig ist das hier der neue arbeitsplatz von mir und meinen news kolleginnen und kollegen und warum wir uns so sehr darauf freuen was hier in einem jahr bauzeit entstanden ist das zeige ich ihnen jetzt kommen sie mal mit hier in dieser multifunktionalen studio ist alles echt es ist ein reales nachrichtenset und es ist noch dazu viel größer als das alte green box studio für unsere nachrichtensendungen bedeutet das ganz konkret es gibt viel mehr möglichkeiten nachrichten eindrucksvoll dem zuschauer zu vermitteln die wichtigsten themen des tages die können wir zukünftig mit einer neu entwickelten bildsprache in wirklich faszinierender form die wohnzimmer bringen die neue heimat aller informationssendungen die erlaubt auch ganz neue gestaltungsmöglichkeiten von der visualisierung wie hier im querformat über das hochformat bis hin zu themenbildern auf unserer zehn mal drei meter großen panoramawand und sieben von acht led wänden hier im sind verfahrbar um für jede sendung bestimmte stimmungen zu erzeugen und auch ein ganz spezielles set zu kreieren bilder können wir noch dazu in nie dagewesener 4k qualität zeigen komplexe sachverhalte lassen sich damit plakativ und eindrucksvoll darstellen und was mich besonders freut von hier bin ich nahezu face to face mit all unseren korrespondentinnen und korrespondenten auf der ganzen welt verbunden von punkt 6 über punkt 12 zu rtl aktuell rtl aktuell spezial bis hin zum nachtjournal in einem der modernsten studios europas bekommen nachrichten den platz den sie verdienen den besten damit sie täglich im bilde sind und eindrucksvolle Untertitelung des ZDF für funk, 2017